Hallo und herzlich willkommen zum ersten Türchen aus dem Harry Potter Kurzgeschichten-Adventskalender. Ich möchte gar nicht so viel jetzt sagen, weil ich möchte, dass es endlich losgeht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also schreibt fleißig unten in die Kommentare, wie es euch gefällt. Abonniert mich auch gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, um immer dabei zu sein. Ja, heute die Geschichte ist von der lieben Mila wieder geschrieben worden. Unten in der Infobox sind alle Autoren und Sprecher verlinkt. Denn wir haben heute mehrere Stimmen. Der Julian spricht wieder mit. Und wir haben eine neue Stimme auf diesem Kanal. Kima. Welche Rollen sie beide übernehmen, möchte ich gar nicht so viel. Ich meine, bei Julian könnt ihr euch das vorstellen. Möchte ich gar nicht so spoilern. Deswegen erstmal viel Spaß und schaut gerne bei den Sprechern vorbei. Tschüss. Viel Spaß. Es war düster in den Hogwarts-Mauern. Und kalt. Eine tiefe Wolke hatte sich wie eine Decke über das Land gelegt und sie alle in ein dunkles Schwarz gehüllt. Wie ein tiefes Schwarz, das jeden Umstehenden in die Schrecken der Einsamkeit und des Todes hüllen sollte. Als wären sie alle wandelnde Dementoren, als hätte man jedem Einzelnen von ihnen jegliches Licht, Glück und Liebe aus den Adern gesaugt. Und einige von ihnen hatten diesen unerbittlichen Kampf an diesem Tag gegen das Böse verloren. Nein, sie hatten nicht verloren. Sie hatten sich für die Liebe und für den Frieden geopfert. Andere von ihnen kämpften unermüdlich weiter. Für jene, die in der Schlacht gestürzt waren. Und in jedem noch so kleinen Tunnel flackerte ein kleines Licht. Ein kleines Licht der Hoffnung, der Zuversicht und der Wille zu leben. Zu überleben. Einige mögen an diesem Tag daran gescheitert sein. Der Kampf war jedoch noch nicht vorbei. Doch dann schritt Hagrid in ihre Mitte, mit jemandem auf dem Arm, der leblos zu sein schien. Harry Potter war tot. Tot in Hagrids riesigen Armen. Er wirkte so leblos, schmal, fast wie ein kleines Kind oder eine lebensechte Puppe, während der, dessen Namen nicht genannt werden darf, in ihrer Mitte stand. Auf der einen Seite entsetzte, panische Augenpaare, auf der Gegenseite triumphierende, bösartig grinsende Gesichter, die seiner gefolgt waren. Ein Haufen von Feiglingen und niederträchtigen, bösartigen Menschen, die ihm hörig waren, weil sie auf der einen Seite Angst hatten, auf der anderen Seite voller Ehrfurcht zu ihm hinaufblickten. Hunderte von Todessern standen ihm wie Eindringlinge gegenüber. Fremdkörper, Fremdkörper, zwischen diesen ganzen Trümmern, diese Trümmern, die einst ihr Zuhause waren. Eltern nahmen ihre Kinder unmerklich in ihre Arme, mit Tränen in den Augen, nicht wissend, ob der dunkle Lord ihnen gleich alle ebenfalls das Leben auslöschen würde. Ob sie ihre Kinder heute das letzte Mal sehen würden? Harry Potter ist tot. Es erklang ein lautes, dämonisches Lachen von dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, gefolgt von der Spitzenlache Bellatrix. Anschließend hunderte ihre Nachfolger, alle in schwarz verschleiert. Der dunkle Lord suhlte sich in seinem Erfolg. Es herrschte eine beklemmende Stille auf der Seite der Guten, während sie alle versuchten zu realisieren, dass Hagrid da Harrys leblosen Körper in seinen riesigen Händen hielt. Ein herzzerreißender Schrei Ginnys ertönte. Verzweifelt sprang sie nach vorne, ungehemmt davon, dass man ihnen den Todesfluch auf den Hals jagen würde. Sie wollte nur zu Harry. Arthur rannte auf seine Tochter zu, hielt sie verzweifelt zurück in vollkommenen Ausnahmezustand, so hatte er bereits sein Kind verloren. Der dunkle Lord wandte seinen kahlen Kopf zu ihr und es herrschte wieder Totenstille. Dummes Mädchen, rief die herrische, rauchige und sich vollkommen ausgediente Stimme. Er war jedoch guter Laune, denn er hatte ein weiteres Mal zu verkünden, was ihm Gutes widerfahren ist. Die Trauernden, die nach Luft schnappten über den Verlust, ließ ihn nur noch mehr hässliche Freude empfinden. Harry Potter ist tot, wiederholte er, was den Anschein erweckte, als würde er es dadurch noch einmal bestätigen wollen. Er lief mit langsamen, hohlen Schritten auf die Schar Schüler und Familien zu, die ihm gegenüberstanden, als wären sie soeben mit dem Petrifikus-Totalus-Zauber versteinert worden. Sein schwarzer Umhang war verdreckt und so heruntergekommen, dass er schon fast gespenstig grau wirkte. Seine hohlen Augen standen hervor und er streckte seinen fahlen Finger aus. Von heute bis in alle Zukunft werdet ihr nur einem folgen. Die Professorin McGonagall schüttelte kaum merklich den Kopf, als würde sie sich selbst damit sagen, dass sie den letzten Drittel ihres Lebens eher beenden würde, als zu seiner Gefolgschaft zu gehören, als wäre selbst der Tod ein willkommenerer Gast. Allen voran Hermine und Ron, die dicht beieinander standen, den beiden, denen es schwer fiel zu atmen, seine besten Freunde. Diese beiden, die so sehr an Harrys Seite gekämpft haben, monatelang, jahrelang, um an dieser Niederlage zu ersticken, wissend, dass sie alle die Nächsten sein werden. Wissend, dass sie ihren besten Freund verloren hatten. Und es war Syria wie ein schlechter Traum. Sie waren wie gelähmt, in einer ausweglosen Situation, in der die Show noch nicht beendet war und horchten diesem schlechten Horrorfilm, der zugunsten der dunklen Seite ausfiel. Der schwarze Magier lachte laut und bestialisch auf und breitete seine Arme aus, während er in der riesigen Fläche seine persönliche Bühne umherlief. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, euch zu bekennen. Sein kalkweißes, grinsendes Gesicht in der die Nase durch die vielen Strapazen eingedrückt war, geziert von zwei kleinen dunklen Lufthöhlen und in gespenstischen hellen Augen, machten ihn zu einem lebenden, wandelnden Toten. Tretet vor und schließt euch an! Nach einer theatralischen Pause wandte er sich den verstörten Gesichtern der anderen Seite zu. Oder sterbt! Niemand regte sich. Nach einer kurzen Stille hört man wieder seine herrische Stimme. Draco! Blitzartig wandte sich Hermine suchend um. Hunderte Augenpaare folgten ihr, zu dem einzigen Jungen, der diesen außergewöhnlichen Namen trug. Draco starrte stur gerade aus, seine eisgrauen Augen glasig, das Haar lag ihm weißblond-wellig ins Gesicht. Hunderte versuchten, in seinen Augen zu analysieren, was er dachte, sein Blick verriet jedoch alles. Er sah panisch aus, die blanke Verzweiflung in seinem Blick, wie Hermine ihn noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Sonst war er selbstbewusst, frech, dreist und hatte stets ein süffisantes Grinsen im Gesicht, auch wenn die letzten Monate auch ihn geprägt hatten und in denen seine Wesensveränderung ihren Anfang fand. Hermine hatte die Hoffnung in ihm nie verloren. Sie versuchte verzweifelt, seinen Blick zu fangen, aber die ganzen Menschen warteten eine gefühlte Ewigkeit schon auf seinen nächsten Schritt. Es waren bisher jedoch nur wenige Sekunden vergangen. Hermine hörte hinter sich ganz leise die Stimme von Seamus Finnegan und es war ihr, als hätte er etwas in die Richtung gesagt wie »Ich glaube, er wartet, dass jemand ihn aufhält.« Dean Thomas stieß Seamus in die Seiten, um ihn in diesem absoluten Ausnahmezustand zum Schweigen zu bringen, ehe sie in das Visier des Dunklen Lords fielen. Hermines Blick intensivierte sich auf Draco Malfoy und tatsächlich presste er seine Lippen kaum merklich zusammen, als würden seine Glieder, seine Seele und sein Herz sich mit aller Macht dagegen sträuben, in die Arme des wartenden Dunklen Lords zu laufen und von ihm auf der Dunklen Seite begrüßt zu werden. Sein Blick war so schmerzerfüllt herzergreifend, dass Hermine am liebsten geschrien hätte, dass er noch jemand ist, der an ihn glaubt, dass er nicht hingehen muss, dass keiner von ihnen will, dass er sich dem Lord ausliefert. Doch keine, kein Nähr der Schüler oder Eltern schenkte ihm ein Signal, dass er zu ihnen gehörte, dass er bei ihnen bleiben würde, dass man sich schützend vor ihm stellen würde. Hätten sich Hunderte vor ihm gestellt, würde es dem Dunklen Lord schwerer fallen, an Draco heranzukommen, aber keiner wollte sich für einen Malfoy aufopfern, auch nicht, wenn er doch nur ein 18-jähriger Junge war. Unwillkürlich bildeten sich in Hermines Augen Tränen. Die verdammten Sticheleien, Beleidigungen und Wortgefechte alle Jahre liefen wie im Zeitraffer an ihr vorbei, denn da vorne stand ein Junge, der keine Liebe erfahren hatte. Kein Rückhalt. Seine Eltern, Mr. und Mrs. Malfoy, warteten auf der anderen Seite mit Blicksignalen und Gestiken auf ihn. Währenddessen waren die Augen des Dunklen Lords noch immer dämonisch starr auf Draco gerichtet. Miss Malfoys Stimme ertönte in der Stille sanft. Mit einem einfachen Draco-Komm schaffte sie es, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Hermine hielt die Luft an, ihr Blick wie versteinert auf Draco haftend. Ein letztes Mal, vielleicht ein Bruchteil der Sekunden, wartete er, dann schimmerte die Hoffnungslosigkeit in seinen Augen und er setzte sich langsam in Bewegung. Hermine knickten die Beine weg und sie unterdrückte ein Schluchzen. Sie hatte so ein Mitleid mit Draco Malfoy, denn niemand kannte ihn so gut wie Harry und sie selbst. Nicht einmal seine Freunde oder Eltern. Hermine und Harry hatten ihn schon lange durchschaut. Mit augenscheinlich schweren, betäubten Schritten lief er zum Dunklen Lord, seine Schultern hängend, seine Augen glasig, bemüht, die Fassade zu wahren, die endgültig zu bröckeln begann. Der Dunkle Lord setzte ein heuchlerisches Lachen auf, während er Draco in die Arme nahm, der mit seiner 1,75 Meter Größe plötzlich ganz, ganz klein und zerbrechlich wirkte. Ach, Draco, gut gemacht, säuselte der schwarze Magier, als hätte Draco sich nahezu darum geprügelt, als erster auf die verflucht, selbst inszenierte Bühne des Dunklen Lords zu laufen und sich von ihm innig umarmen zu lassen. Dabei wirkte Draco so steif und gleichzeitig hoffnungslos, als hätte er sich nun endgültig verloren. Hermines Blick wanderte von Draco Malfoy zu Neville, der Hermine plötzlich Signale sendete, die sie sofort verstand. Er wollte ihre Gedanken lesen. Seit wann hatte Neville diese Fähigkeit? Doch Neville hatte sie alle während der letzten Monate schon mit so manchem beeindruckt. Bevor Hermine weiter Zeit verlor, machte sie ihren Geist frei und ließ ihn via Legamentik eindringen. Hermine schloss ihre Augen, um sich zu konzentrieren. Ihre leise, sanfte Stimme sprach in ihrem Unterbewusstsein zu dem mutigen Gryffindor. Neville, er will Malfoy was tun. Ich weiß das. Malfoys Zögern ist nicht an ihm vorbeigegangen und ich spüre, dass er Angst hat. Voldemort wird ihn auch umbringen. Hermine öffnete ihre Augen, während Neville sie einfach nur ansah. Ihre Augen wurden glasig und widersprach ihre Stimme in ihrem Unterbewusstsein. Wir müssen ihm helfen! Ihre Blicke wanderten zu Malfoy, der mit gesenktem Blick auf der dunklen Seite stand. Eine platinblonde Strähne hing ihm lose ins Gesicht. Als er plötzlich den Kopf hob, sah er inmitten von Hermines Augen und es durchzuckte sie wie ein Blitz. Sie sahen sich lange an, als versuchten sie gegenseitig ihre Gedanken zu lesen. Hermine schüttelte kaum merklich mit Tränen in den Augen den Kopf, um ihm so viel zu sagen wie »Du gehörst nicht zu ihnen, Draco. Du bist einer von uns. Ich habe die Hoffnung in dich noch nicht verloren.« Ihre Augen wanderten wieder zu Neville, der nun Draco ebenfalls ansah. Als der Blonde das zu bemerken schien, dass die beiden ihn zu etwas animieren wollten, stieß Ron Hermine in die Seite und deutete leise mit Schnappatmung mit dem Blick zu Harry auf Hagrids Armen. Und Harry hatte unauffällig ein Augenlied gehoben. Hermines Augen füllten sich erneut mit Tränen. Mit Tränen der Freude und Erleichterung. Harry liebte. Er liebte. Wieder wanderten Hermines Blicke zu Draco, dann zu Harry und wieder zurück zu dem Blonden, als wollte sie ihm sagen, dass Hoffnung bestand. Und ganz plötzlich bewegte Draco langsam seine Hand in Richtung seines Zauberstabholsters. Hermine senkte ihren Blick und beobachtete ihn, wie er langsam aber sicher seinen Zauberstab zückte. Und bei Merlins Namen. Es war der Elder Stab. Draco, in dessen eisgrauen Augen plötzlich Hoffnung aufflackerte, blickte zu Harry, der sich weiterhin bemühte, tot zu erscheinen. Hermines Herz in der Brust pochte schnell und unregelmäßig. Was war das plötzlich für eine Wende? Sie hatten Hoffnung, den dunklen Lord, nein, Voldemort, endgültig auszulöschen. Ihn endlich zu zerstören und das mit Hilfe von Draco Malfoy, der seine allerletzte Chance zu ergreifen schien. Voldemort, der von nichts ahnte, fragte zufrieden, ob sonst jemand folgen wolle, als plötzlich Neville sich mutig in der Gruppe opferte, um Voldemort abzulenken, nach vorne humbelte und eine Show ablieferte, indem er Voldemort zum Vorwurf machte, wie böse er war und dass Harrys Herz für jeden Einzelnen von ihnen schlug. Der dunkle Lord verpönte ihn und Bellatrix lachte laut und gehässig auf, als Neville dann plötzlich wie in einem Rausch, das schwer zückte und brüllte, dass der Kampf noch nicht vorbei sei. Harry sprang aus Hagrids Armen und die Menge kreischte und tobte, während die Todesser wüteten. Voldemorts Augen zeichneten blankes Entsetzen aus. Hermine nutzte die Gelegenheit und machte Draco ein Kopfzeichen, denn es würde Zeit für seinen Einsatz. Und wie auf Knopfdruck löste sich Draco und großen Schritten von seinen panischen Eltern, brüllte Potter und warf Harry seinen Älterstab zu, den der schwarzhaarige Kont auffing. Dann ging der Kampf zwischen Harry und Voldemort weiter, während Massenpanik ausbrach. Ron packte Hermine am Handgelenk, um sie zum Gehen zu bewegen. Ron, geht zu Neville und knöpf euch nach Guinea vor! Er hat das Schwert! Ich kümmere mich um den Pokal! forderte Hermine ihn atemlos auf und Ron rannte mit Neville los. Hermine suchte Draco, der unbewaffnet versuchte, von einer Schar von Tilt-Essern wegzurennen. Bombarda Maxima! schrie Hermine und ließ eine Säule auf seine Verfolger einkrachen. Draco wandte sich um und erkannte Hermine, die stehen blieb. Sie atmete schnell. Komm mit, Malfoy! Draco blickte suchend von rechts nach links, ebenso schnell atmend. Dann sah er sie wieder mit diesen hellen Augen an und antwortete, Wohin, Granger? Wir müssen den Trinkpokal zerstören und ich weiß womit! Hermine entfernte sich einige Schritte, wandte sich dann allerdings wieder zu ihm um. Es sei denn, du willst hier bleiben! Ohne zu zögern folgte Draco Hermine und es war ein unfassbar seltsames Gefühl, wie stillschweigend er Hermine zu den Mädchen kludermaulenden Myrte folgte, ohne dass sie sich Vorwürfe machten, sich beleidigten oder ärgerten. In diesem Moment waren sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Team. Draco stand in der feuchten, dunklen, hohlen Kammer und sah sich um, nicht wissend, was das alles zu bedeuten hatte. Das Einzige, was er wusste, war, dass es mit Sicherheit etwas Wichtiges sein musste, das der Zerstörung von Voldemort beitragen würde. Er beobachtete Hermine, wie sie sich einen riesigen Basiliskenzahn schnappte und mehr mit sich selbst sprach als zu Draco. Wir müssen uns beeilen, da oben ist mit Sicherheit die Hölle los. Ich hoffe so sehr, dass Harry es schafft. Sie stellte den Trinkpokal auf und wandte sich zu Draco um, der bis dato angelehnt an eine Säule mit verschränkten Armen stand. Willst du es machen, Malfoy? Er zögerte, ehe er Hermine antwortete. Warum das alles, Granger? Hermine verharrte in ihrer Position und sah ihn an. Er schien ernsthaft eine Antwort zu erwarten, die Hermine ihm schließlich leise gab. Weil ich den Glauben an dich nicht verloren habe. Draco starrte sie an und bewegte sich nicht vom Fleck. Dann schien er wütend zu werden. Red kein Schwachsinn, Granger. Ich bin im Tod geweiht. Ich habe mich schon lange entschieden und ich kann das nicht rückgängig machen. Das da oben ändert nichts, gar nichts. Ein schlechtes Kapitel heißt nicht ein schlechtes Leben, Malfoy. Es ist nie zu spät für etwas. Meinst du, dass wir es leicht hatten? Glaubst du, wir sind die Helden? Wir machen alle Fehler. Du kannst es nicht rückgängig machen, aber du kannst eine neue Seite aufschlagen. Neue Kapitel schreiben. Ich bin kein verdammtes Buch, Granger. Ich bin ein Todesser. Ich gehöre nicht zu den Guten. Ich gehöre nicht zu euch. Draco lief langsame Schritte auf Hermine zu, sprach von sich selbst in verachtenden Tönen. Hermine zeigte keine Regung im Gesicht. Sie hörte ihm einfach nur zu, wie er seine ganze angestaute Wut freien Lauf ließ. Und sie ließ ihn. Ich bin böse, Granger. Hast du das endlich verstanden? Nun stand er unmittelbar vor ihr. Sie blickte zu ihm hoch. Seine unnatürlich hellen Augen wirkten glasig. Er war noch näher an Hermine herangetreten. Sie standen sich nun keine fünf Zentimeter entfernt voneinander gegenüber. Hermines Gesichtsausdruck war entschlossen und sie sprach trotz seines schroffen Tonfalls liebevoll zu ihm. Manchmal ist Böse sein nur eine Art zu verbergen, wie traurig man wirklich ist. Hermine nahm einfach seine Hand und legte den Basiliskenzahn hinein, während er sie wie paralysiert anstarrte. Dann blickte sie zu dem Slytherin hoch. Du bist ein verdammt guter Oglomentiker, Malfoy, aber ich hab dich schon lange durchschaut. Draco erstarrte für einige Sekunden, fand relativ schnell seine Sprache wieder. Du bist eine, die immer das Gute im Menschen sehen will, Granger. Hermine machte einen Schritt zurück und ließ seine Hand langsam los. Und du bist der Junge, der keine Wahl hatte, Malfoy. Sie sahen sich lange an, bis Draco sich langsam nach vorne zum Pokal bewegte. Er war der Junge, der keine Wahl hatte. Granger hatte sein Leben mit einem Satz beschrieben und es tat ihm verdammt weh, dass es keiner außer ihr erkannt hatte. Ja, sie war wirklich die klügste Hexe. Aber nicht nur aus dem gesamten Jahrgang, sondern die er jemals getroffen hatte. Als er vor dem Pokal stand, atmete er tief ein, nahm seine ganze Wut, Trauer und Verzweiflung zusammen und zerstörte den Trinkpokal mit dem Basiliskenzahn mit aller Kraft. Es ertönten Schreie und aus dem zerstörten Horcrux fing es an, wie aus einer Fontäne Wasser zu sprießen, das Draco in rasanter Geschwindigkeit seinem Arm schützend vor Hermine legte und sie gemeinsam versuchten, vor dieser Kraft an Wasser zu fliehen, die auf sie zukam und sie mitreißen wollte. Es mussten vielleicht 20 Meter gewesen sein, die sie geflohen waren, als die Fontäne endlich nachließ und sie von einem letzten Strahl an Wasser erfasst wurden. Der sechste Horcrux war endlich zerstört. Hermine und Draco standen sich vollkommen durchnässt gegenüber, schwiegen für einen Moment und ließen diesen auf sich wirken, weil die Erleichterung darüber, dass Voldemorts Ende näher rückte, größer war als jede Streiterei, jede Beleidigung und jede Meinungsverschiedenheit, die sie über die Jahre gegeneinander ausgetragen hatten. Sie sahen sich schwer atmend, platschnass, frierend und fröstelnd in die jeweils eisgrauen und haselnussbrauen Augen, als der magische Moment die beiden ergriff und sie aufeinander losstürmten, um ihre Lippen aneinander zu pressen und sie setzten alle ihre Verzweiflung in diesen einen magischen Kuss, der seit Jahren schon längst überfällig war. Draco legte seine Arme um Hermines zierlichen Körper, diese versenkte ihre Hände in seinen weißblonden Haaren und so küßten sie sich, als wäre es das erste und letzte Mal gewesen. Als sie sich voneinander lösten, sahen sie sich vollkommen aufgewühlt in die Augen, bis Draco dann langsam seinen Ärmel hob und freie Sicht auf das dunkle Mal gab. Kannst du damit leben? flüsterte er. Hermine senkte den Kopf zu ihrem Ärmel und schob ihn hoch, um freie Sicht auf die Wunden zu zeigen, die Bellatrix ihr zugefügt hatte. Ihr ganzer Unterarm war geziert mit den Buchstaben Schlammblut. Draco zog ihren Arm zu sich heran und strich langsam mit seinem Finger über Hermines Wunde. Hermine zuckte zusammen, er langte in ihr Zauberstabholster, nahm ihren Zauberstab und tippte gegen ihren Unterarm. Hermine beobachtete, was er tat, als neben dem Wort Schlammblut plötzlich eine kursive Schrift erschien. Was machst du da? flüsterte Hermine und zog ihren Arm zu sich heran, als sie dann die Schrift lesen konnte. Dracos Schlammblut. Hermines Augen fingen an zu tränen und unwillkürlich musste sie lächeln, sie stieß Draco vor die Brust. Du bist so bescheuert, Malfoy! Sie blickten sich beide an und fingen an zu lachen und es war das erste Mal seit Monaten, dass Hermine ihn wieder lächeln sah. Wie automatisch näherten sie sich wieder einander und küßten sich innig und liebevoll, fast schüchtern. Die Gänsehaut, die die beiden überkam, war mit Sicherheit nicht wegen der Kälte. Es war die Anziehung und die darauf folgende Verliebtheit, die sie seit Jahren unterdrückten und nun in einem Mal aus ihnen rausplatzte. Sie spürte sein vollkommenes Verlangen nach ihr, seine geschwungenen Lippen, sein warmer Atem. Es schmeckte nach Pfefferminzzahnpasta, so wie Hermine es sich immer vorgestellt hatte. In ihrer Fantasie hatte sie sich oft ausgemalt, wie es wäre, Draco Malfoy zu küssen, doch dieser kam im Ansatz nicht an die Realität ran. Er hatte so unendlich viel Liebe zu geben. Wieso hatte es niemand erkannt? Sie lösten sich aus dem Kuss und er legte seine Stirn auf ihre. Ich werde alles wieder gut machen, was ich falsch gemacht habe. Und ich werde nie wieder zulassen, dass sie dir wehtun kann. Hermine weinte und lachte gleichzeitig und sprang ihm um den Hals, um ihn innig zu umarmen und es war, als wäre ihr ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ich wusste nicht, dass du so klein bist. grinste Draco, als Hermine sich schüchtern von ihm löste. Sie stieß ihn an. Wir müssen den anderen helfen. Gemeinsam traten sie den Rückweg nach oben an, um weiter zu kämpfen und sowohl Hermine als auch Draco wussten, dass sie nur eine Chance hatten, wenn das alles vorbei war. Hermine blieb abrupt stehen, als sie in der großen Halle oder das, was von ihr übrig war, Bellatrix mit Ginny kämpfen sah. Die Black kreischte vor Vergnügen auf, während Ginny sich wegen eines ihrer Flüche krümmte. Hermine stieß einen verzweifelten Schrei aus. Ginny! In vollkommener Panik um ihre Freundin wollte sie gerade dahin stürmen und helfen, als Draco Hermine zurückhielt. In ruhigem Ton streckte Draco seine Hand aus, ohne Bellatrix aus den Augen zu lassen. Gib mir deinen Zauberstab. Hermine reichte ihn Draco und dieser lief in schnellen Schritten auf die Hexen zu. Molly Weasley war schon herangeeilt und hatte sich schützend vor ihre Tochter gestellt, um sich mit Bella zu duellieren, als Draco mit lauten Schritten ihren Platz versuchte einzunehmen, bevor diese ihren ersten Flug feuern konnte. Darf ich bitten, Mrs. Weasley? sagte Draco laut und erntete einen fassungslosen Blick, sowohl von Molly als auch Bellatrix, die ihren Augen nicht trauen konnte, dass ihr verräterische Neffe zurückgekehrt war. Sofort erstarrte ihr dreckiges Grinsen und auch alle umstehenden Weasleys und einige Gryffindors starrten stumm von Draco zu Bella und zurück. Draco sah seine Tante in die Augen, die weit aufgerissen waren. Ihre kaltweiße Haut glich inzwischen der Farbe der Hogwarts-Geister und ihre schwarzen, langen, kriseligen Haare standen ihr zu Bergen. Dracos eisgraue Augen funkelten Bellatrix kämpferisch an. Sein Kampfgeist war zurückgekehrt. Es loterte wieder Hoffnung in ihm auf, Willensstärke und jeder Umstehende beobachtet den Blonden fasziniert auf Schritt und Tritt, denn jetzt war jeder sicher, er war einer von ihnen. Dracos Augen wanderten von Bellatrix zu Hermine und dann wieder zurück. Die umstehenden Augenpaare folgten seinen Blicken. Dann erhob Draco seinen Zauberstab mit einem süffisanten Grinsen gegen die absolut paralysiert wirkende Bellatrix. Ich glaube, wir beide haben da noch eine Rechnung offen. Tante!